Wisst ihr, was das hier ist? Das sind knusprige, heiße, leckere Dauphin-Kartoffeln. Dauphin-Kartoffeln? Was ist das denn? Ihr könntet euch das Video anschauen. Klappe und Action! Oh, ist das lecker! Dauphin, sprach die Tante, die alle Kartoffeln kannte. Wir machen heute eine unglaublich leckere Kartoffelbeilage. Das habt ihr vielleicht noch nicht gesehen. Dazu brauchen wir nur wenige Zutaten. Die Kartoffeln hat Carmen geschält. 750 Gramm, 200 Gramm Mehl, 50 Gramm Butter, 4 Eier und sage und schreibe einen Viertel Liter Wasser. Und nicht zu vergessen mein Lieblingsgewürz, Muskatnuss. Die Kartoffeln sollen gekocht werden und damit das alles ein bisschen schneller geht, werde ich die nochmal in kleine Stücke schneiden. Für dieses Gericht könnt ihr natürlich auch übrig gebliebene Salzkartoffeln verwenden, wobei frisch gekochte ist natürlich immer eine Spur leckerer. Und die kleinen Schnullis kommen jetzt direkt ins Salzwasser. Und hier drin kochen wir sie jetzt total weich, weil die werden gleich durchgepresst. Kommen wir nun zu Schritt Nummer 2, dem Brandteig. Hoffmann-Topf Nummer 1 mit gekochten Kartoffeln. Hoffmann-Topf Nummer 2 bekommt jetzt hier diesen Viertelliter Wasser und den bringen wir jetzt mal eben schnell zum Kochen. Es ist ja auch wirklich erstaunlich, Carmen, dass diese beschichteten Töpfe und echter Guss ja so gut auf Induktion funktionieren, oder? Da geben wir jetzt unsere Butter hinein und kochen praktisch Wasser und Butter erst einmal auf. Es macht unglaublich viel Spaß, mit einem Brandteig zu arbeiten. Ihr werdet das gleich sehen. Sobald die Butter sich komplett aufgelöst hat, so wie jetzt fast in diesem Fall. Na, kleinen Moment noch. So, Butter, löst dich mal auf. So, dann geben wir jetzt sofort in einem Schwung unser Mehl dazu. Und das Ganze rühren wir glatt. Warum heißt Brandteig, Brandteig? Weil wir wollen ihn jetzt abbrennen. Wir rühren so lange diese Butter-Wasser-Mehl-Mischung, bis sich dieser Brandteig hier, schaut mal, vom Boden löst. Das ist ein so ein dicker, fetter Teig. Carmen, das hört sich an wie Badelatschen, ne? So, das ist Brandteig. Schaut euch das an. Das sieht doch richtig, richtig gut aus. Also, wenn der Topf so aussieht, dann habt ihr alles richtig gemacht. Und das funktioniert eigentlich in jedem Topf, aber natürlich in einem beschichteten umso besser. Das ist Schritt Nummer eins. Dann nehmen wir den heraus in eine Schale. Lassen das ein ganz klein bisschen kälter werden. Da kommen jetzt gleich unsere Eier dazu. So, und in diesen furchtbar festen Teig geben wir jetzt die Eier hinein. Und zwar wichtig, ein Ei nach dem anderen und sofort unterarbeiten. Und ihr werdet jetzt sofort erkennen, warum die Eier nacheinander. Weil der Teig hat sofort die Eigenschaft, dass er sich so ein bisschen trennen möchte, weil das Ei dazwischen rutscht. Und deswegen muss man immer wieder den Teig verarbeiten und zwar das Ei komplett unterrühren. Sonst kriegst du niemals dort vier Eier nacheinander hinein. Und wenn das jetzt wieder so ein schwerer Teig ist, dann kommt das nächste Ei hinein. Das ist ein bisschen Handarbeit, macht aber Spaß. Ein Ei nach dem anderen. Und wieder kräftig unterarbeiten. Wie gesagt, probiert es niemals aus, diese Eier alle auf einmal hinein zu geben. Das wird garantiert nichts. So, die Kartoffeln sind mittlerweile gar. Ich habe das Wasser schon abgegossen. Und jetzt lasse ich sie hier im Topf noch so ein bisschen antrocknen, dass wirklich das ganze Wasser raus ist. Das ist wichtig. Achtung, keine Röststoffe, aber sie dürfen trocken sein. So wie jetzt. Und dann kräftig stampfen. Und dieser Kartoffelbrei, der kommt jetzt hier auf meinen Brandteig obendrauf. Achtung, noch nicht unterrühren. Die Arbeit können wir uns sparen, weil wir müssen noch würzen. Salz hatten wir ja schon in den Kartoffeln. Die haben wir ja als Salzkartoffeln gekocht. Jetzt kommt da eine ordentliche Note Muskatnuss obendrauf. Nicht zu wenig, weil der Brandteig nimmt euch ganz viel weg. Ein wenig gemahlenen weißen Pfeffer. Ungefähr so ein halber Teelöffel. Und jetzt kommt auch unser Backpulver ins Spiel. Das geben wir jetzt erst dazu. Und machen daraus einen glatten Teig. Alles miteinander verarbeiten. So, unseren Teig, den müssen wir jetzt zu Nocken abstechen. Das geht ganz kompliziert mit zwei Löffeln. Das geht aber auch ganz einfach. Wir nehmen uns ein wenig Teig in die Hand. So, den Löffel ein bisschen einfetten. Und jetzt nur von unserer Masse solche Nocken abstechen. Und die kommen jetzt hier direkt ins Fett. Bisschen Öl reicht vollkommen. Und so können wir dann nacheinander wunderbare Nocken abstechen. So, Carmen, schau mal hier. Die werden schon goldgelb. Und wie luftig die sind, ha? Ja, richtig schön. So muss das sein. Noch zwei Minuten und dann nehmen wir sie raus. So, wenn sie so ein bisschen abgetropft sind, kommen sie jetzt auf ein Küchentuch. Das hier noch ein bisschen entfettet werden. Warmstellen und die nächsten. Was für eine schöne Ausbeute. Jetzt wollen wir mal so ein herrliches Teilchen hier. Also es ist ja wirklich goldgelb gebacken. Wollen wir den mal eben probieren. Guck mal, hast du gehört, wie fluffig der ist? Innen drin, butterweich. Außenrum eine ganz leichte Kruste. Heiß? Aber richtig heiß. Eine wunderbare Alternative zur ewigen Krokette. Man kann das wunderbar vorbereiten. Und eure Gäste werden bestimmt überrascht sein, was ihr da gezaubert habt. Über einen Daumen hoch würden wir uns freuen. Abonniert doch bitte den Kanal. Carmen ist auch ganz gespannt. Deswegen sagen wir schön schnell. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Bis bald. Ahoi aus Hamburg. Tschüss. Natürlich.